Hallo und willkommen zu meinem vierten Part. Jetzt ist es mal wieder die klasse Strecke. Ich wundere mich, dass es ein bisschen laggt, aber ich glaube, das ist die Internetverbindung. In letzter Zeit bin ich auch mal dritter geworden, aber ich glaube trotzdem, dass ich jetzt nicht besser werde, dass die anderen Gegner einen riesen Vorsprung irgendwie am Anfang haben. Ich weiß nicht, durch was ich das ausgleichen kann, keine Ahnung. Vielleicht weiß es einer und der kann sie mal in den Kommentar irgendwie reinschreiben. Ich habe ja auch mal das Auto verwechselt. Ich bin jetzt Level 5, 4, 4, 5, ich glaube 4 noch. Und ja, ich hoffe mal, dass ich jetzt besser bin, wenn sie zu finden. Diesmal ist sie auch Sämte von einem Naschrei. Ich hätte nicht schwören können, dass ich gegen die Mine knall jetzt. So, jetzt gibt es noch ein bisschen was ab, aber er ist noch abgewährt. Also man merkt eindeutig, dass der Online-Modus eindeutig anders, ganz anders ist wie die Karriere, weil es halt um andere, um das Richtige auch fahren. So, jetzt werde ich auch gleich mal getroffen. Oh nein, ich habe es ausgewichen, das finde ich gut. Gerade noch geschafft, hätte ich nicht erwartet. Nein, ich hätte schwören können, dass er es jetzt nach hinten geschafft hat. Aber jetzt werde ich leider getroffen. Diese Stroßdreffer sind sehr scheiße. Also, weil sie echt, ach Mensch, wie so immer auch für mich, ich habe mich noch am ganzen Tag. Jetzt bin ich siebter, achter, ah man, das riecht mich ein bisschen auf. Weil ich das besser kann, also zumindest ist es ausreichend nicht, aber vom Platz her. Naja, ich habe es noch nicht geschafft, weil er ein Schild hatte, aber jetzt kann ich schießen. är, willst du? Ja. Wir haben es, man sich nicht schießen. Wir haben es jetzt geschlafen. Kann ich auch nicht sch complaint. Fertigkeiten am Technik, Haktik, wie auch immer, wie man es nennen mag. Ja, da habe ich noch gleich mal theoretisch getroffen. Erzieht nicht. Ich will den Nitro und ich bekomme ihn auch. Oh, meine Fresse, ich bin ja auch noch letzter. Das kann ich aber eindeutig besser. Das ist komisch, immer wenn ich aufhege, bin ich schlecht, wie man jetzt hier auch sieht. Und sonst bin ich dritter, zweiter war ich auch einmal komisch. Weil man will ja auch zeigen, wie gut man ist und das gelingt mir hier irgendwie nicht. Ah, schon wieder Nitro vorbeigekriegt, außer sehen. Ruf mir da eine Band, das sieht nicht gut aus. Oh, jetzt, hey, ich krieg keine Power, so, das ist ja behindert. Aber ich glaube, hier sechster könnte ich noch werden, wenn ich mich anstrengen. Wieso, wieso, wieso werde ich jetzt, hä? Was ist denn jetzt los, hallo? Wieso, was war das jetzt? Hä? Also, es ist ein Bug. Jetzt kriege ich natürlich die anderen nicht mehr, das ist ja scheiße. Was war denn das? Hä? Was für ne Schei... Hä, das drückt mich jetzt aber auch. Es war ein Bug oder so. Bei mir ist ja nichts passiert, das ist ihr ein Zeuge. Das ist ja von dem Video sogar aufgenommen. Mann, so ne Scheiße. Ist das euch auch schon mal passiert? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt einfach alles raus, weil ich sie eh nicht mehr kriege. Also, das hätte eindeutig besser laufen könnten. Aber wieso hat es mich, das sei ja aus, als ob ich mich zurücksetzen würde oder so. Naja. Hey, es ist ja über das Scheiß. Naja, das war's von mir, bis zum nächsten Mal. Ciao.